Ich hatte auch mein Lieblingsbären los. Ich brauche die für mich. Michel? Ja? Nimm die anderen? Die haben Feierabend gemacht. Aber wenn du willst, können wir noch eine Runde zocken. Ja! Oder wenn du darfst, sagen wir mal so. Ich darf nicht. Herr Zeuss ist noch online. Ja, der gibt noch ein paar Sterne aus und dann geht er ins Bett. Der hat morgen Schule. Wie alt ist Zeuss? Ähm, 18. Fast. Aber der ist schon arbeiten. Der muss dann ab und zu in die Berufsschule fahren. Da muss er ganz früh aufstehen. Und wie Flur? Ich weiß gar nicht genau. Halb 5 oder so? Der muss schon sehr früh. Ja. Er wenn das der Grundsieg. Das ist Grundsieg. Er wenn das der Grundsieg. Wow. Also. Du hast 0. Ne, 1. Was? Jetzt. Vorne habe ich eine Kone mitgenommen. Ja, genau Toffel. So wie normale Arbeiter aufstehen müssen. Ich hab doch keine. Ich hab nur das. Ich hab keinen Viereck. Ich bin am PC. Achso. Ah, hier. Da steht was. Emote zusammen ausführen. Lass den Nitroton landen. Okay. Ich find den auch cool. Was bekommst du? Den Bogen oder das Medaillon? Oh. Ich mach das wieder ja auch. Okay. Okay. Nitroton. Oh. Injuice. Danke. Hast recht. Pinken. Ich lande bei meinem Geheimspot. Mhm. Hier unten ist mein Geheimspot. Aha. Und hier kommt nochmal mein Geheimspot. Da läuft schon ein Pott. Juhu. 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 Warte in Sücht. Juhu. Ich hab ein Maschinengewehr mit sieben Schuss. Das lohnt sich noch nicht. Mit sieben. Jaja. Hast du schon was? Ich weiß nicht, ich bin richtig laut. Hm. Ah, jetzt habe ich noch. Eine Stotflinte. Oh ja. Ich habe noch keine Waffen, keine gescheiten. Nur Müll. So, du bist schon drin. Oh, guck mal, da oben ist das Maschinengewehr, genau. Sehr gut. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh nein, oh nein. Mensch, oh Gott. Das Auto geht kaputt. Nein, fahr da raus. Fahr da raus. Oh Gott, nein. Dann raus aus dem Auto, schnell. Ich bin draußen. Oh, ich habe es auch geschafft. Glück gehabt. Explodiert. Ich bin in der Nähe. Oh, wir lassen jetzt den Boss holen. Und Lava noch holen. Ja. Oh, Handschuhe. So. Schau, wie es doch hoch ist. Jawohl. Hier war der Boss, oder? Oh. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da hinten. Falsche Seite. Ich komme rüber. Bitte, Monsieur. Ich brauche hier deine Unterstützung. Ich bin auf dem Weg. Hier ist der Boss. Hab den Boss. Ah, siehste. Weißt du, was das Medaille auch bringt? Hm? Das bringt ihn eigentlich für Schuss. Oh, das ist cool. Magst du den Bogen? Ja, würde ich nehmen. Perfekt. Okay, ich muss mal das Auto holen. Mhm. Wer schießt? Wer schießt? Wo? Warte. Was ist das für ein Blatt, ne? Wie jemand schießt er? Monsieur, komm. Monsieur, ich habe hier das geilste Auto je ever. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ach, da hinten. Okay, ich komme. Guck mal, das Bossauto. Warte mal. Oh, keine Munition mehr. Verdammt. Hab ihn. Sehr gut. Ja, ich bin unterwegs. Warte mal. Aha. Kurz checken. Den nehmen wir noch mit. Okay. Wo bist du jetzt? Da. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay. So, ich bin drin. Du fährst. Ich? Ja. Oh, verdammt. Wo fahr man hin? Ah, der Blüten ist ja raus, ne? Ähm, wir fahren hier. Oh nein, oh nein. Oh. Oh, Michel, lass mich fahren. Ich fang raus. Oh nein. Lass mich fahren, ich kann mich verfahren. Ich weiß nur nicht, wohin. So, aber hier. Dahin. Wenn du einen Unfall baust, das fängt schon mal ein Minuspunkt. Bin doch Profi. Guck, ich fahr genau dahin, wo du markiert hast. Genau. Ta-da. Hier. Ja. Perfekt. Da ist jemand. Schieß, schieß, schieß. Links. Okay, jetzt ist die Chance. Wo ist der? Haben wir den? Ich glaube, wir haben den erwischt. Ich merke, wir haben hier sehr gute Autofahrer. Ja, normal schon. Normalerweise schon. Da vorne ist jemand. Zwei. Ja. Okay, jetzt nicht raus. Raus mit dir. Zack. Ja, die merken nicht, dass ich draußen bin. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gemerkt. Oder. Aber ich kann nur den Platz wechseln. Ab ihn. Nein, geht nicht. Sehr gut. Michael, darf ich fahren? Okay. Ich schieße. Äh, lieber. Ich mach jetzt mal. Ich kenne das richtige Tor aus. Schön gemacht, oder? Bäm. Was 1.0 in die Schweiz? Komisch. Jeder kann, dass du nichts gemacht hast. Genau. Ich will reparieren. das ist in der hand und dann geht das hat er so gemacht so ich glaube aber wo fahren wir da hinten dann kommt jemand rum auf der linken seite genau oh da hinten ist alles voll ok wird eng ich habe einen weitsprung gemacht ja gar nicht übel kannst du dich aber auch weitsprungen ja mit einem niederbastung klar jodeln die gegner über die merken volle kann warte mal die anderen ich bin irgendwie ausgegangen ach die gibt es auch noch meine klicks geht halt gar nicht ja wow geil das hat super geklappt das war ja easy jetzt ich hab jetzt auch einen bogen das ist ja der hammer hast du auch einen bogen ja 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 ich bin im auto ich habe das op-auto so steig ein ich bin drin ja ja genau du fährst ich schieße mit aber hoher okay кот krass danke dir Okay Wo ist er? Ah ja, der haut ab Ey, hier ist ein Bot Äh, das verkauft ja nur Mölle Das verkauft ja auch nur Mölle Hier fährt der Battle Bus rum Battle Bus? Oh, und da ist Gegner Nein, das ist ein Bot Der hat kein... Nee, das war... Oh, vielleicht doch Okay, das war kein Bot Siehste? Das sind keine Bots mehr Oh, aber man kann die nicht fahren Man kann doch immer wechseln Die... 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 fb open up ich bin angewöhnt hier mitzunehmen ja auf jeden fall ich mache das so selten oder er fährt mit den bällen so es geht mit rauf ja ich komm was war das denn das war ja nichts für mich das war ziemlich schwer aber es gibt auch null bauen modus null bauen modus ja von mir aus können wir mal probieren ich komme mal in die lobby ich bin schon lobby musst du nur alles einstellen ich kenne mich da nicht aus da hat es bumm gemacht aber sowas von ne da ist der bus explodiert ja aber krass toffel du hast es in tasse bestellt ich habe gar keinen alert gekriegt dafür ich habe gestern gesessen habe gedacht ob die stream elements noch funktionieren mit dem chat toffel ist im chat ich habe gestern schon guckt auf der homepage ob es da ne verknüpfung gibt aber nur über api und das kenne ich mich nicht so aus ja das ist das von vorhin ne das fing auch so an bin ich doch sonst würdest du mich nicht hören äh du bist gruppenkanal es gibt einen spielerkanal und einen gruppenkanal und du bist gerade ein gruppenkanal ah da muss ich mal gucken weil da ist ein anderer ein spielerkanal ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wenn ich den spielerkanal komme so du trägst da äh was ist bei dir ähm wie gehst du nochmal auf freundschaftsliste auf pc ähm auf pc äh wenn ich das wüsste ist das das hier da gehst du drauf und dann auf das mikro und dann ist da da steht dann irgendwie dann steht da wenn ich auf dich drauf klicke dann habe ich stumm schalten befördern flüstern entfernen nein du gehst aufs mikro dann gehst du ganz um wo der andere naruto skin ist ok bist du da ah naruto skin ja dann gehst du eins hoch und dann drückst du dann option dann und dann drückst du da beitreten freunde und teammitglieder michel ja hörst du mich jetzt hören wir den spielerkanal ah ok wieder was gelernt sorgen gelandet bin ich auch schon in der zeit mitten im nirgendwo ich hab ja das spielerkanal ja das stimmt oh ja prost prost dange mir legendäre niemals habe ich jetzt ein legendäre gezogen doch die og pump dann lässt du die und das war aus einer normalen chest aus 0,0,0% bekommt man 0,1% bekommt man die pampers der hat sich aus einer normalen ach ja der gute alte zeuskrieger 85 ich liebe wie verschiedene namen je nach versuch angezeigt werden ich mag dann noch ein episch können sie mir auch den traum noch erfüllen oder was wer heißt der zeuskrieger michel ja bitte wo bist du denn gelandet mitten im wasser mitten im wasser ich war ja egal zu dem menü da habe ich nicht gesehen wo ich hinkomme du bist nicht bei uns gelandet nö ich bin glaube ich auf einer anderen insel ich hab doch ich hab extra markiert ja aber ich war doch im menü ich bin doch gerade dem chat beigetreten da konnte ich ja nichts machen warst du da noch im billbus ne im menü war ich stand so auf der freundesliste ja mitten wer ist denn eigentlich medina würdest du dir oder ist einfach irgendjemand vielleicht kommen wir auf uns gegner zu mach deine waffe schon mal bereit ok ja hier oh easy weggeklappt da haben wir easy weggeklappt so muss es sein soll doch easy peasy nennen and squeeze aber ehrlich ey gegnerisches team der hat ja gar noch keinen der hat ja gar keinen ich besiege dich selbst ne pick der siebt sich selbst ne pickaxe ich hab ihn selbst ne pickaxe ich hab ihn selbst ne pickaxe der sniper die anderen sind randoms mit dem achso ok ich hab einen ey hier gibt's noch ein bisschen was denn Ich habe für dich eine Legendäre. Oh, sehr schön. Danke. Ah, nice. Ey, guck mal, das ist mein Loot. Oh, noch eine Legendäre. Oh, da hast du aber zugeschlagen. Richtig. Ich habe nur Chisten geöffnet und habe sie gefunden. Ah, coole Kisten. Und es waren normalen Chisten. Als normalen Chisten bekommt das gar nicht weggeführt. Ja. Ich meine, das war so ein paar mehr. Nichts, du scheitest. Wir müssen Loot schlafen. Und er öffne ich jetzt. Bitte, Jacke. Okay. Ich folge dir einfach. Ey, Michel, das gibt schon mal eine Sex. Warum? Okay, Michel, komm. Ja, ich bin bei dir. Was ist das denn? Aua. Ah, Michel. Du hast mich weggeschleudert. Mir doch egal. Na? Okay, ich muss weg. Ich geh weg. Michel, bei mir ist halt du. Oh, oh. Hier ist alles voll mit komischen Leuten. Ah, nein. Ja, ich habe ihn verloren. Da bin ich schon wieder. Oh, so viele schöne Farben von hier oben. Oh, Cottbus. Du bist tot. Ja, ich weiß. Hast gemerkt, ja. Michel. Hier. Ja, die haben dich gegenseitig geholt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Sechster. Dein Cottbus möchte aus dem... Druckbereit. Im Team bleiben. Kann ich drücken. Ja, der andere bleibt auch im Team. Oh, 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 oh. Ja, bringen wir mal noch was. Los. Check den Shop. Ah, Luis, du kannst deinem Vater ja mal sagen. Ich habe in meinem Shop, habe ich jetzt Merchandise für Kinder. Kannst du dir ein T-Shirt bestellen von mir. Papa. Miri hat es mit deinem Shop und das für Kinder. Mein Vater hat gesagt was. T-Shirts? T-Shirts. Ja. Ja. Da gibt es T-Shirts. Können wir uns das vielleicht holen. Wir gucken vielleicht. Ja, könnt ihr mal gucken, ob es euch gefällt. Wie heißt der Shop? Äh, dein Vater weiß, wie man da hinkommt. Das ist demichel.de Jeder nennt seinen Shop.de Ja, das muss man ja. Das ist dann die Endung einer deutschen Internetseite. De für Deutschland. Nein, das darf man nicht. Ich meine diese Werbung, aber es funktioniert. De. Michel? Ja, hier. Wo landen wir? Da, wo es gelb ist. Ey, das hat schon Grund. Das ist auch die. Oha. Gelb hat da nochmal markiert. Ich weiß auch nicht warum. Wo wollen wir hin? Ja, gehen wir zu der Markierung. Beziehungsweise, da liegt was. Das will ich haben. Mach mal eine Waffe. Grappler! Juhu! Will ich jetzt kommen? Ja, noch nicht. Was habe ich da denn eingesammelt? Huschbombe. Okay. Ja, Michel? Hm? Bei mir ist ein Lama. Mein Kind, der klaut mir es. Armer. Leider. Der wollte, dass ich nicht sein Lama klau. Aber ist jetzt meins. Guck mal, Injuice. Ich nehme ein Medikit mit. Da war ja gar nichts drin. Das ist doch ja richtig cool, das Gell. Sammle ich da für komische Dinge ein. Aber was macht denn die? Macht die ein Busch? Warum ist der andere schon tot? Habt ihr nicht auf ihn aufgepasst, oder was? Nö. Jeder ist seines Schicksalsschmied. Oh, ihr könnt ja auch gar nicht aufpassen. Oh, sag ich. Unsere erste Halbzeit ist durch. Schweiz weiterhin einzeln vorn. Oh, okay. Frech gehabt, frech gehabt. Ja! Hier liegt eine Krone und ich hab sie. Ah, kann man nicht fahren, die Dinge. Schade. Aber die ist ja geil. So, wo seid ihr denn? Da hinten. Nein, der andere ist wieder da. So ist er. Lass mich mal raten an den Gegner. Was war das denn für ein Geräusch eben? Er hat eine Waffe und kippt durch den Gegner. Was ist denn da hinten? Blau ist. Okay, komm. Alles errichtet. Das sind wir die Kiste. Oh. Mit drei AP jemand geholt. Oh, ich bin in deiner Blase. Ist nett hier so nice, dass ich drei AP hab. Oh, ich bin in deiner Blase. Oh, ich bin in deiner Blase. Äh, das gibt schon mal ein Minuskopf. Oh, ich bin in deiner Blase. Oh. Aber eine Blase ist schon weg. Das ist Flach. Oh. Hi, Flach, wie geht's? Oho. Oho. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier mache. Das ist schon geil. Das ist so verwirrend alles. Machst du das? Oh, das prünkt wirklich gute Waffen. Au, au, au. Das sieht nicht so gut aus. Oh ja. Oha, oha. Und ich gehe direkt nach Aufi. Wenn aufs Dach bleibt. Ah, jetzt hat er mich auch erwischt. Verdammt. Travis, Gott! Lazy Brian hat mich getötet. Okay, Travis. Ah, ich habe noch ein bisschen trinken. Ey, Travis ist so krank. Hä, hä, hä. Dieser Travis ist zu krank. Oder? Ja, ist schwer da, ne? Die haben das richtig drauf. Ja, im Bauen sind voll genug. Dann sollte er ihn rasieren. Da ist der Sternspotenz. Oh, nee, oder? Alter! Oh, der ist wieder tot. Ein Außerirdischer hat mich getötet. Ich bin wieder am Leben! Oh, der trägt mich. Was macht ihr mit mir? Was macht ihr mit mir? Wollen wir jetzt wieder schauen? Was war das denn? So, keine Ahnung!